Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch von mir aus ganz herzlich begrüßen. Kann man da hinten alles hören? Geht das? Gut, sehr gut. Und ja, das Thema, das ich mir vorgenommen habe, ist eigentlich eher ein Thema, mit dem man sich nicht so befasst, weil die Lehre hat eher so ein bisschen so eine Schmuddelkind-Funktion. Das müssen irgendwelche armen akademischen Oberräte machen, Offisoren, die irgendwie gut sind, die lassen sich erst mal von der Lehre befreien. Die Lehre ist eigentlich nicht so richtig das, was man so mit Leidenschaft macht. Trotzdem meine ich, dass es wichtig ist. Und was eben spannend ist, wenn man sich das mal genauer anguckt, was es da alles so an überraschenden Befunden gibt. Man denkt ja, das ist irgendwie ziemlich langweilig, so ein Standard-Lehrbuch, Standard-Kanon. Das sind eigentlich Sachen, die jeder kennt und das ist eigentlich ganz normal. Und was gibt es da eigentlich überhaupt? Was ist da überhaupt irgendwas, was interessant ist, dass man so Lehrbücher anguckt? Ich meine, es ist ja so ein bisschen, diese Lehrbücher, die wir haben, um das mal ein bisschen einzusortieren jetzt, gerade jetzt Makroökonomie, das ist ja vielleicht so etwas Ähnliches wie die Lehrbücher in der Medizin zur Physiologie. Physiologie zeigt eben, wie funktioniert so ein Körper mit dem Herz und dem Lungen und dem ganzen Blutkreislauf. Das ist ja das, was so Mediziner machen. In Physiologie lernt man eben, wie funktioniert so ein Körper, ein Gesunder. Und Makroökonomie ist eigentlich nichts anderes, soll eigentlich sagen, wie funktioniert eigentlich jetzt so eine Volkswirtschaft. Und jetzt würde ich mal vermuten, dass es bei den Physiologie-Lehrbüchern da keinen großen Streit gibt, weil eben das Blut fließt halt in eine bestimmte Richtung oder so. Also kann man eigentlich nicht viel falsch machen, würde man denken. So, und wenn man das aber anguckt, diese Makrobücher, dann überlebt man viel Überraschung und das möchte ich mit Ihnen einfach so ein bisschen durchmachen. Ich habe das mal so ein bisschen unter den Titel gestellt. Was haben wir gelernt aus der Krise? Jetzt haben wir ja diese große Krise gehabt. Und eine der Vermutungen wäre, dass man sagt, vielleicht hat es doch damit was zu tun, dass Ökonomen falsch ausgebildet worden sind. Wir müssen jetzt die Lehre ändern. Das wäre ja vielleicht eine Konsequenz. Und spannend ist, dass es jetzt... Ach so, ja, genau. Also eigentlich, die Antwort ist, eigentlich viel haben wir nicht gelernt. Warum? Das kann man ja auch zeigen. Herr Gärtner hat mit Kollegen im Jahr 2011 eine Umfrage gemacht bei Professoren. Was ist eigentlich jetzt aus Ihrer Sicht, was hat sich verändert durch die Krise in der Lehre? Und was ist aus Ihrer Sicht wichtig in Makroökonomie? Das Spannende ist, das ASAD-Modell, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, ist eigentlich weltweit fast in allen Kursen verpflichtend oder in anderen Kursen verpflichtend. Also das helle Grau da hinten sind sozusagen diejenigen, die sagen, sie machen es nicht. Eigentlich machen alle quasi das ASAD-Modell. Und Keynesian Cross, ISLM-Modell, ein bisschen weniger, machen eigentlich auch alle. Das heißt also, diese Standardlehre, die Sie ja alle, auch wahrscheinlich manche vor der Krise schon gelernt haben, da hat sich eigentlich nicht furchtbar viel geändert. ASAD-Modell, ISLM-Modell, das ist eigentlich so das, was man macht. Und durch die Krise hat sich da relativ wenig dran verändert. Und die Frage ist eben, ob das vielleicht nicht doch ein Fehler ist, ob man vielleicht nicht doch auch die Krise darauf zurückführen kann, dass eben diese Modelle vielleicht falsch sind oder dass sie zumindest falschen Eindruck bei den Leuten hinterlassen haben. Und ich will dann einfach mal, ja, wie gesagt, dann auf den Punkt kommen. Ich sage, wichtig, warum sind diese Lehrbücher so wichtig? Naja, es ist eben ähnlich wie bei einer größeren Wanderung. Man muss irgendwie richtig anfangen. Der Trailhead, wenn man irgendwie, jeder von Ihnen das schon mal gewandert hat, wenn man am falschen Trailhead losgeht oder gar keinen Trailhead hat und einfach loswandert, kann man schlechte Überraschungen erleben. Und so ähnlich ist eben auch diese Lehre. Das ist ja so der Einstieg, den man hat in die ganze Volkswirtschaft. Das ist der erste Berührungspunkt, den man als junger Mensch hat. Und wenn man da von vornherein einen falschen Trailhead hat, dann kann man auch vielleicht nicht da ankommen, wo man ankommen sollte. Und das Grundproblem der Lehrbücher, würde ich sagen, um das mal vor die Klammer zu sagen, hat Herr Leon Hufruth eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, eigentlich war das ein Modell, dieses ISLM-Modell, das eigentlich zeigen sollte, dass die Makroökonomie tendenziell ein instabiles System ist. Kein selbststabilisierendes System ist, sondern ein System ist, das Instabilität in sich trägt. Und das ist eigentlich das, was man beibringen sollte. Und er sagt eben, dass jetzt dieses ISLM-Modell zu der scheinbar unausweichlichen Schlussfolgerung führt, dass Arbeitslosigkeit eigentlich nur darauf zurückzuführen ist, dass die Löhne star sind nach unten. Das ist eigentlich die einzige Ursache von Arbeitslosigkeit, sagt Leon Hufruth. Und er sagt, diese neoklassische Synthese verdreht sozusagen das kentianische System als ein eigentlich stabiles System mit Friktion, nämlich der Lohnrigidität. Aber was es eigentlich war, war es eine Theorie, die eben zeigen wollte, dass das makroökonomische System sehr viel Instabilität hat. Also man dreht sozusagen durch die Aderdarstellung die gesamte Ökonomie um, als die Makroökonomie um, ein System, das an sich viel Instabilität hat und das, was Keynes versucht rüberzubringen, wird durch diese Modelle umgedreht in ein Modell, das eigentlich schön stabil ist. Das ist eigentlich das, was dabei rauskommt. Und wie das geht, das will ich Ihnen jetzt ein bisschen zeigen. Ich will jetzt die Probleme dieses Modells an diesen Punkten hier darstellen. Das erste Problem ist, dass es unglaubliche logische Inkonsistenzen gibt. Das werde ich Ihnen gleich ein paar zeigen. Das glaubt man gar nicht. Wobei ich selber teilweise auch diese Inkonsistenzen gelehrt habe und mir ist auch erst später aufgefallen. Na gut, es ist so, am Anfang macht man das. Ich werde Ihnen gleich zeigen, welchen Punkt ich meine. Das zweite Problem ist, es gibt keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit in diesen Modellen. Sie glauben es nicht. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwo ein Lehrbuch gibt, das es auch hat. Ich will jetzt da keine Allaussagen machen. Aber in den führenden Lehrbüchern wird nicht gezeigt, wie ein Nachfrageschock zu Arbeitslosigkeit führt. Es steht da drin, dass das wichtig ist und dass Arbeitslosigkeit ein Riesenproblem ist. Das wird die Volkswirtschaft und dass das ganz wichtig ist und ganz schlimm ist. Aber wie das jetzt geht, zum Beispiel in den USA, wo die Arbeitslosigkeit vor der Krise bei 4% ist, jetzt bei 8%. Wie das geht, dass die einfach hochspringt. Und zwar nachfragebedingt, nicht durch irgendwelche Gewerkschaftsmacht und Preissetzungen, dass ja das normal so kommt, so mikroökonomisch. Wie einfach so ein Makroschock kommt, die Arbeitslosigkeit hochgeht, wird nicht erklärt. Und das ist eigentlich unglaublich. Dann wird, ein weiterer Punkt ist dann eben der, dass Geld in Fiskalpolitik dargestellt wird, ohne dass Zielfunktionen der Akteure genannt werden. Die machen irgendwas. Einfach die Geldpolitik, Notenbänker, irgendwie Kaffee getrunken und jetzt sagen sie, jetzt machen wir eine expansive Geldpolitik. Einfach so. So ist das im Lehrbund. Dann sagt man, was passiert. Aber natürlich, wenn man das vernünftig macht, muss es ja eine Zielfunktion geben und erst wenn ich eine Abweichung von der Zielfunktion habe, werde ich aktiv. Sie finden eigentlich in keinem der Standarddarstellung eine richtige Zielfunktion. Zumindest in den Basissachen. Danach gibt es ein paar Verfeinheiten, aber das Basisding ist ohne Zielfunktion. Schocks fehlen teilweise völlig. Dass eben natürlich die Geld in der Fiskalpolitik das erste Schock da sein muss und dann die Politik agiert, würde man denken, ist eigentlich selbstverständlich, aber fehlt teilweise auch. Spannend ist dann eben auch noch der letzte Punkt, Deflation ist ein Wunderheilmittel für kranke Volkswirtschaften. Deflation hilft immer. Okay, das gucken wir uns jetzt alles mal an, diesen einzelnen Punkt hier mal durch. Fangen wir an mit den logischen Inkonsistenzen. Das hier ist sozusagen das Schnittmuster jetzt der Makroökonomie, wie das im Lehrbuch ist. Da oben haben wir das Einkommen-Ausgaben-Modell, ISLM-Modell, ASAD-Modell. Häufig ist es so, und die gehören alle zusammen, aber häufig, in vielen Einführungslehrbüchern, wird nur das da unten gebracht, ASAD. Und das ist ja auch so schön. Warum? Ja, das sieht ja aus wie die Mikro. Da haben wir einen Preis, die Menge, Angebot, Nachfrage. Ja, super, das können wir ja schon. Und da sieht man, die Makroökonomie ist eigentlich nicht anders als die Mikroökonomie. Super praktisch. Also da ist schon so die Idee, und jetzt hat man ja in der Mikroökonomie gelernt, dass das ja ein super System ist, und dass das ja ein selbststabilisierendes Gleichgewicht System ist, der Marktpreis bringt Angebot, Nachfrage ins Gleichgewicht. Ja, in der Makroökonomie ist es genauso. Ja, prima. Das ist schon gut, da müssen wir uns eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen. Da ist natürlich schon mal die Grundidee, dass es selbststabilisiert, weil klar, der Kartoffelmarkt oder so, die haben ja eine selbststabilisierende Tendenz, Ausgleichsmechanismus über den Preis, und so denkt man, das Preisniveau, und jetzt hat man genau die gleiche Story, das Preisniveau gleicht bei irgendeinem Schocks, bringt das für der Angebot, Nachfrage ins Gleichgewicht. Das ist die Geschichte. Und großzügig wird meistens das da oben irgendwie vergessen. Das wird gar nicht gebracht. Und wenn man es vergisst oder nicht bringt, merkt man die Inkonsistenzen nicht. Jetzt wollen wir mal ein paar angucken. Wir haben hier die IS-Kurve. Jeder leidvoll mehr oder weniger gelernt. Und was ist bei der IS-Kurve? Angebot und Nachfrage am Gütermarkt sind im Gleichgewicht. Das ist doch IS-Kurve, Gleichgewicht, Angebot und Nachfrage am Gütermarkt. So lernt man das. Und wie kommt man jetzt auf die AD-Kurve? Naja, die leitet man jetzt ab, indem man eben hier das Preisniveau verändert. Und jetzt, wenn man, ich habe das lange Zeit auch so gemacht, aber ein bisschen drüber nachdenkt, muss man sagen, wie kann man eigentlich die AD-Kurve, die jetzt eine gesamtwirtschaftliche Nachfragekurve ist, aus einer Kurve ableiten, bei der Angebote Nachfrage im Gleichgewicht sind. Das ist schon mal aufgefallen. Eigentlich komisch. Nicht höchst merkwürdig. IS-Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht. Plötzlich verändern wir das Preisniveau und schon hatten wir eine gesamtwirtschaftliche Nachfragekurve. Und außerdem, wenn wir ja da schon Angebote im Nachfrage-Gleichgewicht hatten, warum kommt denn hier eigentlich dann wieder eine neue Angebotskurve her? Wo kommen die her? Was ist denn das für eine Kurve? Komisch. Oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt schlaflose Nächte hatten deswegen, aber wenn man so drüber nachdenkt, muss man sagen, höchst komisch. Wenn man da das ganze Ding anguckt, dann gibt es noch mehr Mysterien, die 45-Grad-Linie. Wenn Sie da mal gucken, was da so drin steht in Lehrbüchern. Ja, geplante Ausgaben tatsächlich. Die komischsten Sachen stehen da. Und gut, der Vorteil ist, man kann ja einfach nur rechnen. Das ist ja praktisch. Die 45-Grad-Linie, wir rechnen das ja einfach aus. Und deswegen, die 45-Grad-Linie, tja. Aber was ist die 45-Grad? Was ist das eigentlich für eine komische Linie? Abgesehen davon, dass das ein Vorteil ist, dass man das schön zusammenrechnen kann, da kommt immer was dabei raus. Und eigentlich ist denn nicht diese Expenditure-Kurve, ist denn das nicht eine gesamtwirtschaftliche Nachfragekurve? Konsum, Investition, eigentlich hat viele Merkmalen einer gesamtwirtschaftlichen Nachfragekurve. Ist denn das nicht vielleicht unsere Nachfragekurve? Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man dann zu dem Ergebnis, ist es vielleicht nicht so, dass die 45-Grad-Linie unsere gesamtwirtschaftliche Angebotskurve ist kurzfristig. Nämlich im kentianischen Sinne, dass die Unternehmen genau so viel anbieten, wie nachgefragt wird. Und dann haben wir plötzlich da oben eine Angebotskurve. Nämlich die kurzfristige, es gibt auch eine langfristige, aber die 45-Grad-Linie ist nichts anderes als eine kurzfristige Angebotskurve, die eben genau die kentianische Idee rüberbringt, das Unternehmen bietet genau so viel an, wie nachgefragt wird. Und die wissen das nicht, aber das ist ja egal. Das Modell sagt, das Unternehmen weiß es. Und so ganz falsch ist es nicht, wenn Sie heute gucken, oder so 2008, wenn so ein Nachfrageeinbruch ist, sind Unternehmen ja durchaus unheimlich schnell dabei, sich da anzupassen. Also haben wir denn vielleicht nicht da oben unseren Gütermarkt ein gesamtwirtschaftliches Angebot. Und das wäre dann unser kurzfristiges Angebot. Und das wäre unsere Nachfrage. Und das IS ist dann eigentlich in der Tat Angebot gleich Nachfrage. jetzt für unterschiedliche Zinsniveaus. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, da mit der AS eine AD-Kurve, was ist denn da, was macht es mit denen, die haben wir auch noch. Was ist das eigentlich? Und dann können wir mit der AS-Kurve anfangen. Gesamtwirtschaftliche Angebotskurve. Was ist die Logik? Wenn das Preisniveau steigt, bieten die Unternehmen mehr Güter an. Hä? Wenn das Preisniveau steigt, bieten die Unternehmen mehr Güter an? Haben wir das schon mal gehört? Eigentlich nicht, oder? Nicht so wirklich. Also spannend, ich empfehle Ihnen, wenn Sie noch einen Blanchard-Illing haben, versuchen Sie mal nachzulesen, wie Blanchard-Illing die AS-Kurve herleitet. Das ist echt witzig. Und auch die anderen. Also wenn das Preisniveau steigt, bieten die Unternehmen mehr Güter an. Komisch, sagt man. Und dann, wenn Sie auch so gucken, so bei Mench oder so, sagen ja, das ist nämlich so, wenn jetzt ein Unternehmen feststellt, dass es für seine Güterhöhe Preise absetzen kann, dann merkt es ja nicht, dass das Preisniveau gestiegen ist. Das merken die nicht. Und denken jetzt, dass der höhere Preis für ihr Gutwerk war, ist eine Relativpreisänderung. Weil die lesen ja keine Zeitung oder wissen ja irgendwie nicht, was jetzt da so in der Welt passiert. Und schon denken die Unternehmen, ach, das Preisniveau, interpretieren das Preisniveau als jetzt ein Anstieg aus Relativpreisen, bieten wir an. Absurd. Unglaublich, dass das in führenden Lehrbüchern dargestellt wird. Und was ist das wirklich, die AS-Kurve? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine Philips-Kurve. Eine Philips-Kurve für das Preisniveau. Ganz einfach. Also wenn man die Kausalität, also dem Studenten wird beigebracht, wenn das Preisniveau steigt, steigt der Output. Absurd. Wenn man es umdreht als Philips-Kurve und sagt, ja, wenn der Gesamtwirtschaft die Output steigt, dann steigt tendenziell das Preisniveau. Also ist das eine Philips-Kurve. Ganz einfach. Man wird Studenten viel Kopfschmerzen und wie gesagt, lesen Sie mal, wenn Sie das noch haben, bei Blanche Ellinger, bei anderen, was sie für Verrenkungen machen müssen, um das zu erklären, weil es natürlich absurd ist. Nicht die Kausalität ist einfach vertauscht, das ist halt blöd. Aber das stört ja sonst keinen. Also jedenfalls haben wir hier eine Philips-Kurve. So. Jetzt haben wir noch die AD-Kurve. Was machen wir denn damit? Die AD-Kurve wird hierher geleitet. Na gut, die AD-Kurve ergibt es hier daraus. Wenn jetzt hier die Gleitmeer ab, wenn die ES-Kurve steigt, kriegt man hier höheren Zinssatz und kriegt dann entsprechende Rückwirkungen auch über das, oder andersrum, wenn das Preisniveau steigt, dann nimmt die reale Geldmenge ab und wir kriegen Zinseffekte. Das heißt, man hat hier die Vernetzung von der LM-Kurve, der ES-Kurve zur AD-Kurve. Und was ist die AD-Kurve? Das ist eigentlich eine Kurve für eine Politikregel. Warum? Weil nämlich die LM-Kurve, die wir da haben, das ist nämlich nicht Gleichgewicht auf dem Geldmarkt. Ich glaube, die meisten Leute haben das auch nicht so ganz verstanden, was Gleichgewicht auf dem Geldmarkt heißt. Das ist eine Politikregel. Und zwar, welche Politikregel ist das? Es ist die Politikregel konstante Geldmenge. Die Geldmenge ist konstant bei diesem ganzen Ding. und wenn das Preisniveau steigt, kriege ich dann bei konstanter Geldmenge entsprechende Zinseffekte. Das ist eine Politikregel, die da drin steckt. Und diese AD-Kurve ist, und zwar das ist jetzt die Politikregel im IY-Diagramm. Und die AD-Kurve ist dann diese Politikregel übertragen auf das PY-Diagramm. So sieht das aus. Das ist ja ganz spannend. Plötzlich macht das Sinn. Der Trick ist, es kommt auf die Bezeichnung nicht so an. Rechnen kann man das. Man weiß zwar nicht, was man da macht. Also die können natürlich alle Gleichungen, die ganzen, das sind ja alles Gleichungen, können das ausrechnen, auflösen. Und deswegen stört das, merkt der Kahn, dass es inkonsistent ist, weil ja die Gleichungen nicht schreien und sagen, halt, ich bin gar keine gesamtwirtschaftliche Nachfragekurve, ich bin die Politikregel. Oder ich bin die Philips-Kurve und keine Angebotskurve. Aber die sagen ja nichts, die Gleichung. Und der Gleichung sieht man nicht an, warum die Kausalität ist. Aber das ist natürlich für die Lehre eine Katastrophe. Stehen Sie sich vor, Sie bringen den Studenten bei, wenn das Preisniveau steigt, steigt der Output. Und das steht in allen Büchern so drin. So ein erschreckender Zustand für eine Wissenschaft. Ja, nein, das ist doch wahr. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Das stört überhaupt niemanden. Okay, also das wäre jetzt, das heißt, die gute Nachricht ist, man kann das durchaus, wenn man es ein bisschen umformuliert, gibt es auch Sinn. Das ist also nicht so, dass es völlig unsinnig ist, aber man muss mal wissen, was es ist. So, wenn man jetzt weiß, dass das da oben kurzfristiges Angebot und kurzfristige Nachfrage ist, okay, das ist jetzt alles, was ich Ihnen gesagt habe. Das ist alles quasi die Reinterpretation, da habe ich etwas dran gemacht. Wenn man jetzt dieses reinterpretierte Modell hat, kann man eine Frage schön klären, die auch wirtschaftspolitisch relevant ist, nämlich die Frage der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit. Und das kann man eigentlich relativ einfach machen, wenn man jetzt weiß, dass das da oben, dieses Einkommen-Ausgaben-Modell, dass das keine 45-Grad-Linie ist, sondern das kurzfristige Angebot und das ist die Nachfrage, dann kann man nämlich da direkt, man kann das unterschiedlich machen, kann man direkt quasi 1 zu 1 hier den Arbeitsmarkt vereinfacht dranhängen. Man kann also sagen, wir haben jetzt hier Vollbeschäftigung, wir haben jetzt hier am Gütermarkt ein Vollbeschäftigungsgleichgewicht und am Arbeitsmarkt ist das Vollbeschäftigung. Jetzt kann man das wunderschön zusammenfügen. Und jetzt kann man, sehr schön, sehr schön, dann sagen, was passiert denn jetzt, was passiert denn jetzt, wenn ich einen Nachfrageschock habe? Na gut, dann verschiebt sich hier meine aggregierte Nachfragekurve. Und was jetzt eben spannend ist, wenn ich jetzt die Arbeitsnachfrage der Unternehmen habe, dann ist klar, das hier die Arbeitsnachfrage der Unternehmen, Arbeitsangebot, ganz normal, es ist klar, wenn die Unternehmen maximal das absetzen können, das ist die Menge, die am Gütermarkt absetzbar ist. Jetzt nach dem Nachfrageschock. Wenn die Unternehmen maximal das absetzen können, dann werden sie nicht mehr, auch wenn der Lohn sinkt, jetzt nicht mehr Arbeit nachfragen, weil sie brauchen die Arbeit nicht. Man sieht jetzt eben sehr schön, wenn man das verknüpft, die Rationierungslogik eines kentianischen Modells. Der Gütermarkt ist hier rationiert, das heißt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage reicht nicht mehr aus, um den Vollbeschäftigungsoutput nachzufragen. Die Unternehmen wissen das und werden dann eben nicht mehr Arbeitnehmer einstellen, als sie brauchen, um diesen quasi rationierten Output herzustellen. Und wir kriegen dann eben hier so eine abgeknickte Arbeitsnachfragekurve und kriegen dann Arbeitslosigkeit in diesem Ausmaß. Und so erklärt man Arbeitslosigkeit, ganz einfach. Nicht besonders schwierig. Und schon hat man jetzt eben konjunkturelle Arbeitslosigkeit erklärt. Aber dazu muss man erkennen, dass die 5er, dazu muss man dieses 45-Grad-Ding richtig wissen, was das ist. Dann kann man das ganz einfach nutzen. Dann kann man ganz einfach schön zeigen, wie das funktioniert. Und was eben jetzt eine wichtige Erkenntnis ist, dieses Ansatzes, ist, wenn ich hier so eine Rationierung habe, dann helfen flexible Preise oder flexible Löhne zunächst mal nicht, um jetzt die Arbeitslosigkeit abzubauen. Man kommt jetzt darauf an, wie sich das hier auf der Oben zurückwirkt. Aber wenn ich jetzt die Löhne senke, tendenziell verteile ich um von Leuten mit niedrigen, was Lohnsenkung heißt, ich mache eine Umverteilung, zu Lasten von Leuten mit einer hohen Konsumneigung, zu Gunsten von Leuten mit einer niedrigen Konsumneigung, also mit einer Sparneigung, zu Gunst der Unternehmen. Das heißt, die Nachfragekurve geht eher nach unten als nach oben. Ich muss mich dann fragen, wie wirkt die Umverteilung auf die Nachfrage. Aber zunächst mal, kann man sehen hier, in diesem Zusammenhang, sind eigentlich nominal auch flexible Löhne helfen, nicht rauszukommen. Sie helfen nur rauszukommen, wenn die Lohnsinkung die Nachfragebeschränkung auflöst. Aber das ist zunächst mal ja nicht zwingend. Und so kann man eigentlich relativ schön einfach zeigen, wie konjunkturelle Arbeitslosigkeit entsteht. Und das gibt es eigentlich fast nirgends, diese Art der Darstellung. Erschreckend, finde ich, weil es wirklich ein Kernproblem der Makroökonomie, nämlich die Arbeitslosigkeit, kann nicht erklärt werden. Und ich meine, die Idee des Ganzen ist, Barrow und Grossman haben das eigentlich sehr schön nochmal dargestellt. Ich weiß auch nicht, was Herr Barrow da in seiner Jugend gemacht hat, aber immerhin, muss man sagen, ist ja gut. Und er sagt, eben, kentianische Theorie hat eben als allgemeinen Fall ein System von Märkten, die nicht immer im Gleichgewicht sind. Und das Problem ist einfach, diese Intermarktbeziehungen. The failure of a market to clear implies that for at least some individuals actual quantities transacted diverge from the quantities which they supply or remark. Nicht ein Arbeitnehmer, der jetzt gerne Arbeitsangebot entfalten würde, kann es nicht entfalten, weil der Arbeitsmarkt vom Gütermarkt rationiert ist. Das kann natürlich alles noch verfeinern, sonst, aber überhin. Dann weiß man, wie Arbeitslosigkeit entsteht. Und das ist doch schon mal was. Warte mal, das ist doch eigentlich schon mal hilfreich. Und wie gesagt, erstaunlich kein einziges Lehrbuch hat das. Fragt sich, warum. Es stört aber auch keinen Studenten. Ich meine, die haben alle, das stelle ich jetzt nicht da, diese Mindestlohn-Arbeitslosigkeit haben alle. Das ist klar, das ist geschenkt. Das ist natürlich klar, wenn dann Löhne zu hoch sind und die Gewerkschaften und so. Und das ist quasi das Kartoffelmarkt-Theorem, das haben alle. Aber das Spannende an dem Ding ist ja, dass man sagt, es ist eben nicht die Preisstarheit, es ist eben die Rationierung. Und gut, das kann ja sein, dass es mittelfristig wieder auflöst, aber zunächst mal als kurzfristiges Phänomen ist das doch ein Punkt, der vielleicht nicht schaden wird, wenn ein Student, der jetzt VWL studiert, das mal gehört hat. Na gut. So, jetzt kommen wir mal eins weiter. Jetzt kommt der zweite Teil. Wie sieht das aus mit der Darstellung der Wirtschaftspolitik? Und eine Darstellung, die Sie häufig finden, ist jetzt, müssen Sie mal gucken, wo wir anfangen. Wir fangen hier an, sind hier im Gleichgewicht. Wir haben ein Gleichgewicht. Wirtschaft hat Vollbeschäftigung, das Preisniveau ist, sagen wir mal, das Zielpreisniveau. Eigentlich ein schöner Zustand. Alles prima. Aber jetzt kommt die Geldpolitik auf die Idee, die sagt, wir erhöhen die Geldmenge. Warum, weiß man nicht. Aber man könnte ja mal, also einfach langweilen die sich oder so. Also eigentlich, wenn man jetzt eine Zielfunktion hätte, würde die Notenbanken sagen, prima, wir haben Vollbeschäftigungsoutput, wir haben unser Zielpreisniveau, wunderbar, wir gehen Golf spielen, ist alles toll, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Nein, in vielen Lehrbüchern haben jetzt die Notenbanken so etwas Hyperaktives und sagen, wir müssen die Geldmenge ausweiten. Und Geldmengeausweitung ist dann eben, verschiebt dann hier unsere AD-Kurve hier nach außen, wir kommen dann hier hin und dann ist das Preisniveau höher und dann ändern sich die Preisniveauerwartungen, die AS-Kurve, passt sich allmählich an und wir landen dann da oben. Ich mache das jetzt nicht so im Detail, die meisten von Ihnen kennen das ja. Und was lernen wir daraus? Ja, Geldpolitik. Also bringt jetzt erst mal den Laden ein bisschen in Unordnung und irgendwann beruhigt es sich und am Schluss haben wir ein höheres Preisniveau. So funktioniert Geldpolitik. Das war es. Ich sage immer so ähnlich, also in vielen Lehrbüchern ist das so. Ich habe das nicht erfunden, ich kann Ihnen die alle zeigen. Ich habe da keine, nichts, es gibt, also um das mal klar zu machen, es gibt ein Papier dazu von mir, wo das alles auch mit Quellen, ich habe jetzt da keine Quellen dazugeschrieben, aber wo die Quellen immer auch schön dabei sind. Also ich habe die Quellen nicht dazugenommen. Diese Art Darstellung der Geldpolitik ist so ähnlich, wie wenn ich in der Medizinvorlesung über die, wenn ich jetzt bei der Wirkung von Antibiotika sagen würde, ja, wir haben da jetzt eine Studie gemacht, wir haben jetzt so eine Zahl von besuten Menschen genommen, die haben wir alle mit einem hochwirksamen Antibiotikum vollgestopft. Waren nicht alle gesund, aber trotzdem haben wir einfach mal jetzt ein Antibiotikum gegeben, einfach mal so, dann stellen wir fest, dass die durchfallen, was weiß ich, was es bei Antibiotika alles gibt, aber nach zwei Wochen waren die meisten wieder fit. Das ist eigentlich die gleiche Art, wie man jetzt Antibiotika darstellen könnte. Aber das ist erschreckend. Weil was man eigentlich machen müsste, das machen manche, aber nicht so viele, die meisten machen es nicht. Die richtige Darstellung wäre eben, dass man sagt, naja, wir haben einen Nachfrageschock. Man muss erst den Schock haben, erst muss der Patient die Infektion haben, dann gibt es Antibiotikum. Nicht irgendwie für Leute nichts haben. Erstmal der Schock, wenn ich den Schock habe, bewege ich mich dahin, also der Nachfrageschock bewegt jetzt die AD-Kurve nach links und die expansive Geldpolitik verschiebt das Ganze wieder zurück. So geht das. Na ja, in der Tat, wenn Nachfrageschock da ist, ist die Geldpolitik im Prinzip in der Lage, diesen Nachfrageschock auch in den Griff zu kriegen. So einfach geht das. Und dass das nicht so selbstverständlich ist, und dann kriegt der Student ein ganz anderes Bild. Ja, Geldpolitik kann, wenn Nachfrageschock da ist, kann sie das machen. Und so versucht ja auch die Noten, die meisten Notenbanken versuchen ja dann tatsächlich auch, jetzt, wenn man 2008, 2009 nimmt, mit extrem niedrigen Zinsen, also es ist ja eigentlich klassisch, dass die Notenbank entweder mit Zinsenkung oder auch die Bundesbank hat langes Bundesbankrezept, weil häufig auch so, wenn in Deutschland eine Inflation hochging, positiver Nachfrageschock, die Bundesbank hat die Zinsen angehoben und die Wirtschaft brach zusammen oder hat eine Rezession gehabt, die Löhne waren wieder niedriger und dann ging das weiter. Also ganz normal. Dass die meisten das nicht so checken, die meisten Lehrbücher, erkennt man daran, dass, ich habe jetzt hier eines der zehn Prinzipien, also 10 Principles of Economics bei Mancube, Society faces a short-term trade-off between inflation and unemployment. Und der Blinder hat das auch, der Blinder sagt, also wenn überhaupt jetzt ein Student irgendwas mitnehmen muss, dass es immer diesen Trade-off gibt zwischen Inflation und Output. Das gibt es immer. Aber wenn wir jetzt nochmal hier, das ist mein Ding, dann soll man zurückgehen, stellen wir fest, nein, es gibt nicht immer diesen Trade-off. Wenn ich den Nachfrageschock habe, komme ich hier hin und ich habe jetzt zum einen mein Output, ein negatives Output-Gap und mein Preisniveau ist unter dem Preisniveau-Ziel. Und wenn ich das zurückführe, gibt es überhaupt keinen Trade-off. Indem ich diesen Nachfrageschock als Notenbank bekämpfe, sorge ich dafür, dass sowohl die Inflation, das Preisniveau, das Preisniveau wieder dem Preisniveau-Ziel entspricht und dass der Output wieder dem Output-Ziel entspricht. Output kann man jetzt ja in Inflation übersetzen. Also es stimmt gar nicht. Warum? Weil man eben mit dem Schock, welchen Nachfrageschock hat, ist es nicht so, dass es einen Trade-off gibt. Dieser Nachfrageschock wird durch die Notenbank gelöst und es gibt keiner Light-Trade-off zwischen Output und Beschäftigung. Diesen Trade-off gibt es nur bei Angebotsschocks. Das ist richtig. Aber man muss man eben sagen, eben nicht immer. Man muss sagen, ja, bei Angebotsschocks gibt es einen Trade-off zwischen Preisniveau-Ziel und Beschäftigung oder Preisniveau-Output, bei Angebotsschocks, selbstverständlich, aber nicht immer und nicht als allgemeines Gesetz. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Ein short-run nicht. Wenn der Nachfrageschock da ist, nicht, nein. Weil der negative Nachfrageschock drückt die Idee, dass man unter, der Trick ist halt, weil das Preisniveau ist zu niedrig. Ist doch klar, der Nachfrageschock drückt, man macht das besser mit Inflationsrat, aber im Rahmen dieses Modells ist eben das Preisniveau unter dem Preisniveau-Ziel und ich bringe das wieder zurück. Kein Trade-off. Null. Gut, das ist also, wenn ich sage, auch ein ganzer Bereich der Geldpolitik. Ziemlich merkwürdig. Und dann bin ich schon fast beim Letzten. Deflation. Deflation ist auch jetzt was Schönes. Und the main cue, even without action by policymakers, the recession will remedy itself over a period of time. Even though the wave of pessimism has reduced aggregate demand, the price level has fallen sufficiently to offset the shift in aggregate demand. Also wenn das Preisniveau-Ziel nur stark genug fällt, dann haben wir alles wieder im Griff. Ist doch schön. Und das kommt eben jetzt vereinfacht, wenn wir das hier haben, wir machen es gleich ein bisschen ausführlicher, wenn ich jetzt eben hier mein Preisniveau habe, ich habe hier mein Output und jetzt habe ich hier mein Vollbeschäftigungs-Output, jetzt habe ich eben hier meinen negativen Nachfrageschock und das ist meine ALS-Kurve und wenn die eben lang genug fällt, irgendwann fällt die so stark, dass wir wieder in Vollbeschäftigung drin sind. Weil einfach das Preisniveau fällt, die machen ihre Inflationspreisniveau nach unten und schon ist alles wieder gut. Das ist eben jetzt die Gefahr dieses Gütermarkt-Denkens. Wenn man eben so denkt, das ist wie Mikroökonomie. Also Deflation ist super. Gut, man muss ja sagen, so ein bisschen, wenn man jetzt die Politik ansieht in den Problemländern im Euroraum, ist das ja auch so. Preise müssen fallen. Nicht genau dieses Ding. So, das klingt ja total gut und meistens wird das nur so gemacht, also grafisch etwas besser, aber jedenfalls mit diesem SAD-Modell. Dann soll ich sagen, ja, das stimmt, dann geht das da, dann fällt das am Schluss immer wieder da. Ja, prima, wunderbar. Und was eben viele Lehrbücher nicht machen, weil es ein bisschen zu kompliziert ist, das ISLM-Modell, das läuft ja immer, was den meisten Leuten nicht so klar ist, es laufen immer alle drei zusammen. Einkommenausgaben, ISLM, ISAD, die laufen immer nur unterschiedliche Abbildungen des gleichen Zusammenhangs. Das ist ja nichts Verschiedenes. Das gehört alles zusammen. Und was sie eben nicht machen, ist sie lassen im Hintergrund nicht laufen, jetzt das ISLM-Modell. Wenn man das ISLM-Modell laufen lässt, dann können wir auch wieder hier dieses Bildchen machen, das ist quasi hier unser Ausgangspunkt und dann kommen wir da unten wieder hin. Ist ja prima. Was man aber unberücksichtigt lässt, wenn man Deflation hat, gibt es ja noch ein kleines Problem, nämlich den Zero-Bound der Zinsen. Die Zinsen, die Nominalzinsen können nicht unter Null gehen. Das ist ja vielleicht ein Punkt. Und man kann das jetzt ein bisschen versuchen, mal darzustellen, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt hier meine IS, ich habe quasi hier meinen Shop, meine IS-Kurve und maximal komme ich da hin, wo der Zins Null ist. Darunter geht es nicht. Nominalzins bei Null ist die Geschichte zu Ende. Und Nominalzins bei Null, dann lande ich hier und nicht da. Das heißt, man lässt das einfach weg. Zins ist praktisch. Was Sie im normalen Lehrbuch sehen, ist das. Das untere Ding. Und dann sagen wir, das stimmt schon, das geht also runter, das passt ja eigentlich ganz gut. Und schon gleicht sich alles wieder aus. Das ist jetzt aber gerade bei Deflation, ich meine, das ist jetzt willkürlich dargestellt, um die Logik rüber zu bringen, aber dass natürlich bei Deflation ich an die Nullzinsgrenze komme und dass dann Schluss ist, wir haben auch noch sehr viele schickere Modelle, wo man das auch im Realzins machen kann, aber ich bleibe jetzt mal in dem Rahmen, das reicht ja schon, um das zu zeigen. Dass ich also jetzt hier die Nullzinsgrenze habe und ich auf der IS-Kurve gar nichts weiter nach unten komme, kommt nicht vor. Und das ist eben eigentlich auch erschreckend, dass man wirklich Deflation als Heilmittel nimmt. Noch da, wenn Sie da bei Mancube nachlesen, der sagt, ja, die Verbraucher haben gespart, die werden dann reicher. Sagt durch Deflation, das findet das natürlich meistens. Die Deflation, die Folge ist einer großen Kreditexpansion, wo dann eben die Verschuldung jetzt der, also zwar in der Haushalte, auch in der Unternehmen massiv nach oben geht. Irving Fischer hat ja das ganze Problem der Debt-Deflation. Irving Fischer sagt, die Deflation ist an sich nicht so schlimm, aber es ist furchtbar schlimm, wenn vorher die Schulden nach oben gegangen sind. Dass eben die jetzt nicht bei der Deflation die Haushalte sagen, super, mein Sparschwein, wird dicker, sondern dass da ganz viele Leute riesige Überschuldung haben, die ihnen dann über die Ohren, die ihnen dann über den Kopf zusammenbricht, kommt nicht vor. Da muss man sagen, wie kann man so naiv Volkswirtschaftslehre darstellen? Wenn die Preise sinken, haben die Verbraucher mehr Geld. Dann geben die mehr aus. Ja, prima. Ja, nee, so ist es. Es war es. Es ist furchtbar. Und dann sagt der Mencube, ja, außerdem sinken die Zinsen, aber dass sie auf Null kommen, hat er nicht. Und ich meine, das Schlimme ist ja eigentlich, wie gesagt, wir haben da auch noch schickere Modelle, das Schlimme ist ja, bei Deflation nicht nur, dass ich hier an den Zero-Bound komme, sondern dass, wenn ich es in Realzinsen mache, die Realzinsen steigen. Das ist ja noch viel schlimmer. Also hier ist es ja nur so, dass der Zins bei Null ein Ende hat. Wenn jetzt die Deflation richtig kommt, steigt ja der Realzins. Man kann zeigen, dass Deflation eine destabilisierende Taylor-Regel ist, wenn man das ein bisschen formal darstellen möchte. Und der dritte Effekt, was war noch beim Mencube? Genau, wenn ich Deflation habe, dann wertet die Währung ab. Eigentlich würde man ja denken, Kaufkraftbarität, die sich aufwertet, aber Mencube wertet sie ab, aber dann hat er übrigens drei Argumente, warum jetzt die Deflation so gut ist. Nein, aber auch das ist eigentlich erschreckend. Das ist ja keine Kleinigkeit, wie man jetzt Volkswirtschaftslehre darstellt. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass vieles, was eben jetzt auch in Griechenland und anderen Ländern gemacht wird, ist genau aus dieser Logik. Die ganze Griechische Rennungspolitik ist genau so. Man kann da auch, das habe ich jetzt nicht gemacht, man kann da zeigen, dass das restriktive Fiskalpolitik eigentlich auch keine Probleme hat. Okay. So, es gibt noch sehr viel mehr, ich will das jetzt auch nicht alles machen. Ich meine, ich habe das jetzt als ISLMA-SAD-Modell gemacht. Das Grundproblem des Modells, abgesehen seiner ganzen Inkonsistenz, ist, dass natürlich jetzt geldpolitisch untergestellt wird, dass die Notenbank das Preisniveau steuert mit der Geldmenge. Und die Realität ist, dass die Notenbank die Inflationsrate mit dem Zinssatz steuert. Es ist ja nicht so, dass die Notenbanken jetzt Preisniveaus steuern. Ich meine, einer der Nebeneffekte dieses Modells ist, dass jeder Nachfrageschock zu Deflation führt. Jeder Nachfrageschock senkt das Preisniveau, was durch Quatsch ist, weil Nachfrageschocks die Inflationsrate senkt. Das heißt, eigentlich steuern die Notenbanken die Inflationsrate mit Zinsen. Und ich will das jetzt auch nicht im Detail darstellen, aber wir haben da ein eigenes Modell, was wir BMW-Modell nennen, das Bofinger-Meyer-Wolmershäuser. Herr Wolmershäuser ist mittlerweile einer der großen Mitstreiter von Herrn Zins-Target Salden, aber so geht es einem. Aber das ist ja auch gut. Ja, jedenfalls, ich will das Modell gar nicht im Einzelnen darstellen, aber es ist ein relativ einfaches Modell, man braucht eigentlich nur eine Philips-Kurve, man braucht eine IS-Kurve, man braucht eine Zinslinie und man kann da sehr viel Schönes darstellen. Man stellt eben dar, dass die Notenbank mit dem Zins die Inflationsrate steuert und nicht das Preisniveau, was völlig absurd ist. Auch das ist, da muss man sagen, es gibt jetzt, um da gerecht zu sein, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Lehrbüchern, die versuchen, sowas einzubauen, aber meistens, finde ich, ist es nicht so besonders geglückt. Der Vorteil ist, wenn man dieses Modell hat, würde ich jetzt auch nicht weitermachen, dann kann man eben sehr schön Tälerregeln darstellen. In der Tälerregel kommt hier Inflation und Inflation vor und nicht das Preisniveau. Man kann das Zeitinkonsistenzproblem machen und man kann hier auch einiges in der offenen Volkswirtschaft machen. Da könnte man auch einiges zu sagen. Ich meine, dass das Mandel-Flaming-Modell noch der letzte Schrei ist in der ganzen Darstellung der internationalen marktökonomischen Zusammenhänge und das Modell kann nicht mal eine Inflationsrate darstellen, ist eigentlich auch ein bisschen komisch. Aber gut. So, in diesem Bereich, wo man auch noch einiges machen könnte, wo es viel zu tun gäbe, ist die ganze Frage der Banken. Und da fragt man sich manchmal, also wer da eigentlich, wer das eigentlich, in welcher Welt die Leute leben. Gerade in der mikroökonomischen Bankentheorie, aber auch in der Loanable Funds Theorie, ist ja die Idee, dass Banken reine Intermediäre sind, dass Banken Einlagen brauchen und die Einlagen geben sie dann jemandem und daraus werden Kredite. Das heißt, die Idee in diesen Modellen ist, dass die Bank quasi nur ein Zwischenhändler ist. Ich spare was und das, was ich gespart habe, gebe ich der Bank und die Bank gibt es einem, der das dann investiert. Und das ist im Prinzip ein Modell, das aus der Zeit der Goldwährung stammt. Quasi ein Modell, das nur, wo Geld eben Gold ist. In der Tat, wenn ich dann einen Einnahmeüberschuss erzielt habe, habe ich Goldbestände zu Hause und jetzt habe ich die Frage, was mache ich mit meinen Goldbeständen? Zu Hause oder nicht? Gebe es der Bank, die Bank sagt, naja, der braucht das vielleicht erst in einem Jahr, so ein bisschen Fristenanformationen, gibt jemand anderen die Goldbestände und der, der die Goldbestände hat, der investiert irgendwas damit. Was völlig draußen ist bei diesen Modellen, ist, dass die Banken einfach selber die Einlagen schaffen. Die brauchen keine Einlagenkredite zu vergeben. Die schaffen, jede Kreditvergabe ist, eine Schaffung von Einlagen. Ganz einfach. Und das Einzige, was die Banken daran hindert, unbegrenzte Einlagen zu schaffen, ist die Bereitstellung von Zentralbankgeld durch die Notenbanken und der Zins hat zudem, was geschieht, in Eigenkapitalvorschriften. Das ist die Geschichte. Und deswegen ist klar, wenn man jetzt diese Idee hat, dass die Banken gar nichts aktiv machen können, dass man dann sich das überhaupt nicht richtig angeguckt hat, was da passiert ist. Ich habe auch nicht so richtig laut geschrien. Der Rotte war einer Wenig, der das sehr frühzeitig erkannt. Ich habe 2005 nicht gesagt, da ist eine exzessive Kreditexpansion in Spanien oder Irland, weil man einfach das nicht so gewohnt war. Diese eigenständige Kraft von Banken, Einlagen zu schaffen und gar keine Einlagen zu brauchen. Das ist eigentlich was, aber wie gesagt, wenn Sie so die mikroökonomische Banktheorie angucken, ist es immer noch so. Nach wie vor. Und Herr Woodford, der nun wirklich als Guru gilt in der Makroökonomie, hat im Journal of Economic Perspectives vor anderthalb Jahren ein Loanable Funds-Modell gebracht, das genau so ist. Das ist einer der führenden monetären Makroökonom in der Welt. Das habe ich gelernt aus der Krise. Die Idee ist ja bei diesen Modellen, dass die Banken so eine Art Pipeline sind. Jetzt kann ich bei der Pipeline ein bisschen dicker oder dünner oder dünner durch, aber es ist eben nur eine Pipeline. Und das ist das, was Woodford im Journal of Economic Perspectives macht. Ja, stimmt. Gucken Sie sich nicht so kritisch, ich kann Ihnen das gern zeigen. Und das Multiplicator-Modell im Lehrbuch ist ein bisschen besser, aber es ist natürlich auch die Idee, erst muss die Einlage kommen. Und da, ich meine, das ist ja auch, da will ich vielleicht ganz kurz machen, das Multiplicator-Modell ist ja auch eine Katastrophe. Das hat keine Zinsen. Wie kann ich denn Kreditvergabe darstellen ohne Zinsen? Das ist ein reines Mengenmodell. Die Notenbank schmeißt irgendwie Liquidität, Zentralbankgeld zu den Banken, die Banken sagen, oh super, da haben wir ganz viele Kreditnehmer, die schon lange einen Kredit wollen, denen vergeben wir jetzt einen Kredit. So läuft das. Absurd, ohne Zinsen, ohne Preis. Und auch das ist in vielen Lehrbüchern die Realität. Erschreckend. Na gut, da kann man jedenfalls einiges zu machen. So, ich bin jetzt gleich am Ende. Jetzt kann man sagen, ist ja nicht so schlimm. Was regt das sich so auf? Wie gesagt, das ESLM-Modell, wenn man es durchrechnet, stimmt schon. Wie gesagt, die Gleichungen sagen nichts dazu, wie man sie nennt. Die können sich da nicht wehren. Was soll es? Aber das Schlimme ist, dass dieses Denken eben die ganze moderne Makroökonomie, die fortgeschrittene Makroökonomie prägt. Die DSGE-Modelle haben keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Kommt nicht vor. Das ist nicht vorgesehen. Da machen manche zwar irgendwie abstrusen Verrenkungen, aber dass eben ein Arbeitnehmer Arbeit anbieten möchte, er die aber nicht anbieten kann, weil der Unternehmer rationiert ist vom Gütermarkt, das kommt nicht vor. Und das Gesamte, ich meine, das ist ein Grundproblem, dieser ganzen DSGE-Modelle, die ganze Koordination von Sparen, Investieren findet nicht statt. Das Problem, das kentianische Problem besteht darin, dass jemand spart, aber nicht investiert. Dass jemand sagt, ich möchte sparen, und zwar in Form von Geldvermögen oder Geld. Und dass es keine Investition ist. Und was diese scheinbar sogenannten kentianischen Modelle haben, es wird immer, die Sparentscheidung ist immer eine Investitionsentscheidung in diesem Modell. Immer. Das heißt, das zentrale kentianische Problem, das Sparen eben die Wirtschaft hemmt und bremst, das ist ja das, was wir erleben im Augenblick, das ganze Deleveraging, das ist ja genau unser Problem. Das kommt in den Standardmodellen nicht vor. Nein, es wird derjenige, der spart, ist immer derjenige, der nimmt das eins zu eins zum Investieren. Das heißt, das Koordinationsproblem ist weg. Und guten Banken gibt es ein DSG-Modell natürlich auch nicht. Das ist klar, wozu braucht man die auch? Die haben ja auch nichts. Ich bin fertig. Ich habe gleich einen Satz, zwei Sätze noch. Also insgesamt, finde ich, ist das Grundproblem dieser Modelle, dass sie eben einfach die Makroökonomie nicht als ein zu Instabilität tendierendes System, sondern als ein Gleichgewichtssystem machen. Und wie gesagt, man findet eben das dann daran, dass ja eben viele Ökonomen ernsthaft geglaubt haben, noch bis vor einigen Jahren, wir haben die Great Moderation erreicht, alles gut, alles prima, es gibt keine Schocks mehr. Das ist genau Ausfluss dieses Denkens. und eben was wir heute hier machen im Euroraum, dass man die gesamten negativen Nachfrageeffekte der Konsolidierung überhaupt ausblendet, ist auch ein Teil dieses Denkens. Ich meine, das ist doch katastrophal im Vergleich Griechenlands, wie man da, wenn Sie die IWF-Prognosen angucken, wie falsch das eingeschätzt worden ist, wie man völlig unterschätzt hat, was das für die Nachfrage bedeutet. Und das kommt eben aus diesen Modellen. Und wie gesagt, der Schluss noch für den Satz vom Economist, der eben sagt, es sind die einfachen Modelle, die eben die Politik und die Praxis stimmen. Und sie beeinflussen die Leute durch ihre Einfachheit. Und damit haben wir was zu tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bofinger, für Ihren analytisch wertvollen, lebhaften und auch von studentischer Seite, sicher von bestimmten Studenten zumindest, sehr begrüßten Vortrag. Für diejenigen, die das auch teilweise lehren, war auch Ihr innerer Monolog sehr amüsant, weil er ja ehrlich aufgezeigt hat, in welchen Überlegungen man sich befindet, auch während man so etwas vorträgt. Ja, wir fangen nun die Diskussion an. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer der direkt lehrbuchmäßig Angesprochenen, nämlich Herr Illing, gerne den Anfang machen würde. Bitte sehr. Okay, ja, mache ich gerne. Bin ja extra hierher gekommen, um zu lernen, was falsch ist in meinem Buch. Aber offengestanden, denke ich, ist da so eine Art Strohmann aufgebaut. Denn dieses BMW-Modell ist ja de facto nichts anderes als das Standardmodell, nur mit anderen Bezeichnungen. Und wenn das der Weg ist, den man gehen sollte, dann, glaube ich, ist da kein großer Fortschritt. Was, wo ich zustimme, ist sicher, dass wir kompliziertere Ansätze brauchen. Überrascht mich, dass das jetzt von der Seite kommt. Aber da gibt es ja unheimlich viel, was genau die Fragen, die Sie angesprochen haben, in sehr guter Weise im Rahmen der neo-kehnesianischen Modellanalyse wunderbar illustriert. Etwa das Kriper von Eggertson und Kuckmann über die fatalen Auswirkungen der Deflation. Oder Ansätze von Brunermeier und Sannikow, wo sie Banken explizit einführen und den Transmissionsmechanismus entsprechend verfeinern. Im Rahmen dieser Modelle. Und von daher sehe ich da überhaupt keinen Konflikt zwischen dem, was hier präsentiert wurde und dem, was in der aktuellen Forschung gemacht wird. In den Lehrbüchern geht es auch durchaus ein. Also ich glaube, das ist hier eine ziemlich verzerrte Darstellung. Ich meine, ich will jetzt nicht kommentieren die Aussagen von Mancq. aber da würde ich einfach empfehlen, andere Lehrbücher zu lesen, wo exakt die Fragen, die hier angesprochen werden, ausführlich dargestellt werden. Es wird natürlich auch andere Darstellungsweisen gewählt, einfach weil die Sache kompliziert ist und man erst mal einfach anfängt. Da fängt man mit Py an und dann im nächsten Kapitel geht es mit Py und Wachstumsraten weiter und dann kommen wir genau dahin, wo Sie eigentlich hinwollen. Ich kann ja direkt darauf antworten. Ich meine, also so ganz ist es nicht. Wie gesagt, die AS-Kurve ist eben eine Philips-Kurve. Ja, aber das steht aber da nicht drin. Ne, lesen Sie mal nach, wie das beschrieben ist. Mit welchen Bindung das in Ihrem Buch da drinsteht. Genau so, wenn Y steigt, steigt P und nicht unbedingt. Also schauen Sie es an. Also ich kann das zu öffentlich gucken Sie sich das an. Aber warum nennen Sie es dann AS-Kurve? Also wenn es eine Philips-Kurve ist, dann nennen Sie es doch Philips-Kurve. Da wäre vielen Stellen schon geholfen. Es ist halt überhaupt nichts mit Angeboten. Es ist eine Philips-Kurve. Wenn Sie da hinschreiben, wenn eine Philips-Kurve, hätte ich ja kein Problem damit. Und Arbeitslosigkeit, wenn ich es nicht falsch gesehen habe, ist in Ihrem Buch allein über Preissetzungsverhalten der Gewerkschaften und Preissetzungsmacht der Unternehmen erklärt. Sonst nichts. Rein mikroökonomisch. Ich habe das nicht gefunden. Also wenn ich es übersehen habe, würde mir es leid tun. Ich habe es nicht gefunden. Es ist ein rein mikroökonomisches Modell, wie es den Arbeitsmarkt erklärt. Würde ich mal so behaupten. Und was war es noch? Klar, unser BMW-Modell ist natürlich ein Modell, das die Grundstruktur hat. Aber wichtig ist eben, wie gesagt, wir nennen das eben Philips-Kurve. Wir haben eine Zielfunktion drin. Wir arbeiten mit Schocks und bringen das alles systematisch schön zusammen. Und das ist ein viel... Ich will jetzt auch nicht 100... Also ich meine, bei dem Punkt muss ich wirklich sagen, da gibt es massenweise andere Ansätze, die genau das Gleiche tun. Und Mutford etwa, der hier zitiert wurde als Part 2003, der hat die Zielfunktion explizit aus den mikroökonomischen Nutzenfunktionen abgeleitet. Wenn man das haben will, wunderbar, da habe ich keine Schwierigkeiten. Moment, es geht jetzt aber, nochmal um das auch klarzumachen, das war jetzt kein Angriff auf die Makroökonomie im Ganzen, sondern es war ein Angriff auf die makroökonomischen Lehrbücher. Deswegen, was da jetzt der Herr Krugmann macht und was der Herr Brunermeyer macht, ist ja unstrittig, will ich ja gar nicht in Frage stellen, aber es geht um die makroökonomischen Lehrbücher. DSGI-Modellen keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit vorkommt. Und das sind DSGI-Modellen, kein Koordinationsproblem zwischen Sparen und Investieren da ist. Und das sind fundamentale Defekte. Und die kommen genau aus dieser Denke. Da würde ich auch daran festhalten. So, ich habe ein paar Wortmeldungen hier hinten. In Anbetracht der Zeit kann ich jetzt erstmal zwei Wortmeldungen dran nehmen. Und dann schauen wir einfach mal weiter, weil wir haben tatsächlich nur noch ein paar Minuten übrig. Bitte sehr. Herr Bufinger, das war sehr schön, wie Sie die Probleme der Lehrbuchmodelle aufgezeigt haben. Und Sie gehen dann den Ansatz, wie kann man die Modelle näher an die Wirklichkeit bringen. Bei manchen Dingen, nur so als Anregung, wäre es vielleicht auch interessant zu fragen, wie kann man die Wirklichkeit näher an die Lehrbuchmodelle bringen, weil die sind ja sehr schön und alles ist stabil und alles ist im Gleichgewicht. Da gibt es ja auch interessante Ansätze. Also wie kann man die Banken zu Intermediären machen, dass sie eben kein Geld schöpfen. Da ist man in der Diskussion, das ist also eine Welt mit 100% Mindestreserve, die die Lehrbücher beschreiben, dann kann man das diskutieren. So rum geht es auch. Oder die Diskrepanz zwischen Ersparnis und Investition, das ist also eine Welt, wo Islamic Finance gilt oder die urchristliche Finance, wo man praktisch nur investieren kann, indem man in Produktion investiert, als Teilhabe in Produktion. Dann kann man da irgendwie in die Diskussion kommen, das ist auch sehr interessant. Das geht auch. Man sieht es bei Ansätzen, wir passen die Modelle der Welt an oder wir passen die Welt den Modellen an, das stimmt. Beides ein leichter ist, glaube ich, also wir können leichter die Modelle jetzt der Welt anpassen, aber gut, ist egal, aber beides geht, also das ist völlig richtig. Gut, dann haben wir hier vorne noch eine Voltmeldung. Ich möchte eher einen kritischen Beitrag bringen, weil Herr Professor, ich finde es sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, dass wir in der Makroökonomie unsere Studenten bisweilen eher zum Steineklopfen erziehen als zum Nachdenken. In jedem Falle aber kann ich nicht feststellen, dass Sie hier das Ei des Kolumbus gefunden haben, im Gegenteil. Es kommt mir eher so vor, als würden hier die gleichen Fehler, die Marshall bereits Anfang der 20er Jahre gemacht hat, wiederholt auf makroökonomischer Ebene, ist die Kritik, die eigentlich an solcherlei Modellen, wie sie von Robinson schon in den 50er Jahren geäußert wurden, dass nämlich die allgemeine Gleichgewichtstheorie ein Moloch sei, dem auch weiterhin viele Generationen von Studenten geopfert würden, auch das sehe ich hier fortgesetzt. Ich frage mich weiterhin, worüber Sie eigentlich reden. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Sie darüber diskutieren, wie viele Engel denn auf eine Messerspitze passen, also ähnlich wie sich die scholastischen Studenten damals fühlten, weil worüber reden wir denn? Sie reden über aggregierte Angebote und aggregierte Nachfrage, aber was meinen Sie denn? Sie reden von einem Gut, aber nicht von verschiedenen Gütern. Es gibt keine Differenzierung zwischen Basis- und Luxusgütern. Es wird nicht differenziert, dass wir verschiedene Märkte haben, also diese Märkte auch interdependent zueinander stehen und entsprechend diese Lösungen, die hier angeboten werden, ebenso wie sie auch in unseren makroökonomischen Lehrbüchern angeboten werden, im Großen und Ganzen eigentlich keine Gültigkeit haben. Insofern kann ich Ihnen zumindest in dem Punkt zustimmen, dass wir unsere Studenten zu mehr kritischem Denken erziehen müssen, aber das können wir nicht mit Mitteln der Gleichgewichtstheorie und nicht mit Mitteln eines solchen Dogmatismus und insofern möchte ich eigentlich eher anregen, dass wir darüber nachdenken, dass wir es mit einer komplizierten Wirtschaft, mit verschiedenen Sektoren zu tun haben und dass wir nicht einfach nur Jelly oder Erdnüsse oder Stil oder dergleichen herstellen, sondern eben verschiedene Dinge und dass das auch Auswirkungen auf die Makroökonomie hat. Ja, ich meine, da kann da habe ich nichts dagegen, wenn Sie da ein Modell bieten, ist das okay. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe ja schon versucht, die Markt Interdependenz zu zeigen und Sie haben recht, ich habe jetzt nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern ich habe versucht, einfach mal ganz einfach zu zeigen, wie die Dinge, die wir beobachten, es gibt Arbeitslosigkeit aufgrund von Nachfrageschocks, wir haben Notenbanken, die sind zumindest begrenzt in der Lage, diese Dinge zu lösen. Diese, diese einfachen Zusammenhänge, die gingen mir, ehrlich gesagt, nicht? Und wenn man jetzt da sagt, okay, ich will noch alle möglichen anderen Sachen darstellen, ist das Ihnen unbenommen, da auch noch mehr Märkte und mehr Güter zu machen, also das ist schon okay. Okay, ja, zwei Anmerkungen nur. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass ich so einen eleganten Schlenker mitten in der Argumentation hatten, die Anfangsfrage war, die Modelle haben keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit, die Endaussage war, die unfreiwillige Arbeitslosigkeit wird nicht erklärt und zwischendrin hatten wir nur noch konjunkturelle. Also ich meine, wir haben unfreiwillige Arbeitslosigkeit seit 40 Jahren in der BRD, das wäre jetzt ein etwas langer Konjunkturzyklus. Daher vielleicht die erste Frage, was ist eigentlich bei endogenem Geld in Ihrem Modell nochmal, das Argument, dass das keynesianische Gleichgewicht ins neoklassische ziehen soll? Sehe ich nicht. Und vielleicht noch eine andere Anmerkung zu Herrn Illing, die sich jetzt eher unterstützt. Die Antwort war ja, ja, wenn wir das alles auch noch machen wollen, brauchen wir kompliziertere Modelle, wie mein Chef immer zu sagen pflegt, wenn ich in die falsche Richtung losgehe, macht es keine Sinn, schneller zu rennen. Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal über die Ausgangssituationen klar wie hätten. Ja, ich meine, man kann natürlich, wie gesagt, man darf jetzt den Anspruch auch nicht überfrachten. Also ich glaube, dass wenn man jetzt in dieser einfachen Form Makroökonomie darstellt als eine mehr kurzfristige Form der Konjunkturstabilisierung, dann meine ich, passt das. Sie haben recht, das ist ein ungelöstes Problem der Makroökonomie, das ist ja der Übergang von der kurzen Fristen, die mittlere und lange Frist. Das hat aber keiner bisher so richtig toll gemacht. Also wie wir jetzt von diesen Modellen quasi rüberkommen in langfristige Probleme, das ist eigentlich, da haben Sie recht, das ist so ein bisschen die eine Million Dollar Aufgabe. Viele Lehrbücher machen diese Unterscheidung, kurz, mittel, lang, aber es ist nicht verknüpft richtig. Das wird gemacht, kurze Frist, mittlere Frist, lange Frist, aber manche meinen, dass das ISL eben die kurze und das ISAD die lange Frist ist, was aber eigentlich alles das Gleiche ist. Also es ist kein Fristunterschied, aber Sie haben recht, ja, wenn man von diesen Modellen ausgehen sagt, was passiert denn jetzt mittel- und langfristig, das haben wir nicht. Das ist nicht da, das gebe ich zu, aber das sind nicht allein meine Schuld, sondern das ist einfach ein Defizit der ganzen Makroökonomie, dass wir diesen Übergang nicht so richtig hinkriegen. Würde ich sagen, ja, das stimmt, aber trotzdem meine ich, dass man, wenn man einfach diese Basiszusammenhänge in der Form mal jemand dasteht, dass er schon eine ganze Menge gelernt hat, wie das zumindest kurzfristig funktioniert. Dass da mittelfristige Probleme sind, zugestanden. Ich hätte auch noch eine kritische Anmerkung, also zunächst einmal, ich sitze hier vorne, versuche mich zu, ja. Zunächst einmal vielen Dank für den Vortrag, ich bin auch sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, habe aber trotzdem was anzumerken, Sie haben an einer Stelle gesagt, diese Inkonsistenzen, an denen stört sich keiner und an denen stören sich auch nicht Studierende. Und ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen dreist, das zu behaupten, weil diese Veranstaltung hier zunächst einmal eigentlich Ausdruck dessen ist, dass sich Studierende massiv daran stören. Und der erste Punkt ist, dass es nicht die Aufgabe ist von Studierenden, Inkonsistenzen in Lehrbüchern aufzudecken, die es seit mehreren Jahrzehnten schon gibt. Aber Studierende haben natürlich eine Verantwortung, dem würde ich vollkommen zusprechen. Nur, und das sage ich auch bewusst, weil in diesem Raum so viele Lehrende auch sitzen, möchte ich anmerken als Studierender, man wird als kritischer Studierender, wenn man Annahmen in Frage stellt, die besonders realitätsfern sind, die teilweise sogar menschenverachtend sind, wenn wir mit Vokabeln sprechen, wie Sockelarbeitslosigkeit und andere. Wenn man als kritische Studierende Anmerkungen bringt, wird man mit einer systematischen Arroganz belächelt dafür, dass man noch nicht so weit ist, dass komplexere Modelle und komplexere Annahmen erst in höheren Semestern gelehrt werden bis zum Masterstudiengang. Und ich glaube, wir haben ein viel größeres Problem, dass wir nicht nur Inkonsistenzen in den Lehrbüchern haben, sondern dass wir auch uns unterhalten müssen über die Frage, wie wollen wir eigentlich Wirtschaftswissenschaft gestalten und inwiefern wollen wir das als elitäres Programm von Wirtschaftseliten begreifen oder inwiefern können Studierende hier auch mitwirken und ernst genommen werden. Und dazu würde ich gerne Ihre Meinung hören. Also was tun Sie beispielsweise an Ihrer Universität in Ihrer Lehre dafür, dass Studierende ernst genommen werden, dass Studierende mit einbezogen werden in Lehrbücher und in die Lehre allgemein? Also zunächst mal wollte ich jetzt die Studenten irgendwie da pauschal beschimpfen oder so, aber die Tatsache, dass diese Lehrbücher jetzt seit zig Jahren laufen, ohne dass es eine Revolte der Studenten gegeben hat, zeigt ja, dass die meisten Studenten das irgendwie friedlich entgegen nehmen und ich wollte da niemanden beleidigen und überhaupt. und also ich glaube, dass ich mir Mühe gebe, die Studenten einzubeziehen und ich meine, ich habe ja selber ein Lehrbuch geschrieben, ich würde sagen, weil ich immer mit den Bestehenden nicht zufrieden bin, ich würde sagen, dieses Lehrbuch ist eigentlich Reflex der Interaktion mit den Studenten. Ich hätte das gar nicht so schreiben können. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man einen Unterricht machen kann. Man kann es einfach so ein Standardlehrbuch runternehmen, man macht das einfach. Fand ich nie so spannend. Ich wollte immer eigentlich das auch selber machen und selber ein bisschen gestalten, habe deswegen auch ein Lehrbuch, das eben schon ein bisschen anders ist in vielen Punkten und eigentlich ist das immer mit den Studenten passiert, weil ich meine, wenn Sie jetzt was Neues probieren, auch dieses BMW-Modell, wie wir das ausprobiert haben, wie das sich entwickelt hat, das entsteht mit den Studenten, ist doch klar. Sie gehen in die Vorlesung, tragen das vor, Sie gucken dann plötzlich 500 fragende Augen, also das ist ja nichts, also man kann ja durchaus, auch ohne dass jetzt Studenten jetzt sich direkt melden, sagen, was erzählst du für ein Scheiß, aber wenn Sie irgendwie vor 500 Leuten stehen und es ist irgendwie nicht konsistent, dann gucken, wenn Sie jetzt nicht gerade Ihr Ding nur ablesen und die Leute nicht angucken, sehen Sie 500 Fragezeichen und dann wissen Sie, das müssen Sie besser machen. Deswegen würde ich schon sagen, dass alles, was ich in der Lehre gemacht habe, eigentlich aus dieser Interaktion gekommen ist. Wenn ich die letzten 20 Jahre keine einzige Vorlesung gehalten hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nie dieses Lehrbuch und auch alles, was wir da jetzt in diesem BMW-Modell, das alles eigentlich entstanden mit den Studenten. Wobei ich mir schon wünschen würde, also ich versuche das auch zu ermutigen, aber die meisten Studenten sind eigentlich nicht so furchtbar diskussionsfreudig. Das liegt natürlich an dem Rahmen, den wir haben, der sicher unbefriedigend ist. Wir haben jetzt 700 Leute in Einführungsveranstaltungen, was total blöd ist. Wir haben diesen Bachelor-Studiengang, diese Bachelor-Struktur, wo die Studenten jetzt unglaublich hinterher sind, dass sie ihre Scheine machen. Also wenn wir bei Bewertungsbögen, ich bin ja auch in einer wirtschaftspolitischen Diskussion, mir macht das ja auch Spaß, dann irgendwie in einer Vorlesung irgendwas zu erzählen, was gerade jetzt aktuell ist. Aber das Problem ist, wenn man jetzt da seinen Stoff hat, dann muss man dann zum Ende das vielleicht ein bisschen schneller machen. Was eigentlich kein Problem ist, weil in dem Lehrbuch alles drinsteht, wir haben Übungen, wir haben die gleichen Aufgaben, also das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber dann schreiben die Studenten, erzähle erst seine Storys und dann macht er danach macht er ratzfatz das, was eigentlich prüfungsrelevant ist. Also diese Bachelor-Struktur ist auch was, was absolut nachteilig ist für dieses, jetzt für ein bisschen eine kritischere Interaktion. Eine ganz kurze Anmerkung meinerseits auch zu den kritischen Studierenden, weil sich das irgendwie immer so abstrakt anhört. Also die haben in Leipzig einen ganzen Masterstudiengang gehabt, der sich kritisch geäußert hat und der wurde dann, also Ende von Lied war, dass die von Fakultätsrat gezogen wurden, von der gesamten Professorenschaft eingeschüchtert worden und das Ende vom Lied ist im Endeffekt, dass die Initiative eingeschlafen ist und letzten Endes auch das ziemlich deutlich zeigt, wie so auch Machtstrukturen in den Universitäten vorherrschen und das ist im Prinzip auch ein Grund, warum wahrscheinlich so viel, so wenig Kritikfähigkeit dort auch ausgelebt wird. Was haben sie denn Schlimmes gemacht? Die haben letzten Endes nur Pluralität gefordert, die wollten teilweise, dass die Bachelor- oder Bachelor- und Masterstudiengänge ein bisschen geöffnet werden, weil beispielsweise über die Ökonomie in Afrika erfährt man in der normalen Wirtschaftswissenschaft nicht viel, da muss man zur Afrikanologie reingehen oder auch zur Wirtschaftsethnologie und da war es eben halt auch organisatorisch einfach eine Frage, kann man das nicht ein bisschen öffnen, damit die Leute das doch besuchen können und auf jeden Fall, das war, ist da auf mehr oder weniger ziemlich, ja, auf ziemlich Ablehnung gestoßen. Aber ganz kurz eigentlich, was ich ursprünglich ganz schnell noch ansprechen wollte, sie haben das mit der, mit den Intermediären, mit den Banken erklärt, dass das keine große Rolle spielt und dass sie eigentlich, ja, im Grunde auch keinen Gewinn erwirtschaften dürften in den normalen, mikroökonomischen, äh... Der Gewinn schon, aber... Naja, ich will bloß sagen, also ich kann das von meiner Ausbildung her mit bestätigen, dass Gewinnen eigentlich in diesen Bankmodellen, so wie ich sie erklärt bekommen habe, da nie auftauchen. Das Problem sitzt allerdings da drin, oder ich sehe ich darin, dass dort Annahmen wie perfekte, ja, Konkurrenz und auch Informationen da zugrunde liegen und aus denen sich das auch heraus, auch die intermediäre Rolle der Banken erklärt, dass sie im Prinzip dann einfach nur wirklich die Depositen dann weitergeben. Wenn sie das allerdings aufheben wollen, also ändern wollen, das ein bisschen realistischer vielleicht machen wollen, dann haben sie einen ganzen Rattenschwanz an Problemen, der da mit dranhängt, der dann möglicherweise auch auf das, was Sie dann vorgestellt haben, sich wahrscheinlich auch rückwirken würde. Also ich meine, ich kann darauf verweisen, wir haben ein mikroökonomisches Modell für die ganze Geldschöpfung, wo eben zwei Zinsen vorkommen, der Notenbankzins, der Kreditzins der Banken, wo wir gewinnmaximierende Banken haben, wo man eben sehr schön zeigen kann, wie jetzt die Notenbanken mit ihren Zinsen das gesamte System steuert. Also wir haben da ein Modell, das eben mikroökonomisch das macht. Ich sagte ja, der Multiplikator ist absurd. Fragt man sich mal ernsthaft, dass man sich nicht schämt, seinen Studenten sowas vorzuführen. Dieses Basismultiplikator-Modell, das ist ja wirklich wie in Physik, wo man so ein altes Katzenfeld genommen worden ist, irgendwie um die Existenzität zu zeigen oder so. Also es ist beschämend, dieses Basismodell. Und man kann das machen, wir haben Modell, das war zum Beispiel so was, wie ich die Lehre dazu gebracht habe, weil ich mich geschämt habe, den Studenten dieses Multiplikator-Modell vorzustellen. Ich dachte, das kann es ja nicht sein. Man kann ja nicht so billig, so bescheiden das machen. Und dann hat man sich halt überlegt, wie kann man das besser machen und man kann das schon machen, dass man eben sagt, okay, ich habe gewinnmaximierte Banken, die brauchen eine Refinanzierung, die hat Kosten, sie vergeben Kredite, die haben Zinsen und dann kann man aus dem Win-Maximierung-Kalkül schon einigermaßen diesen Geldangebotsprozess darstellen. Gut, dann. Ich würde noch einmal ganz kurz zu dem ursprünglichen Thema des Vortrags zurückkehren. Ich stelle mir manchmal, wenn ich eben, also ich unterrichte genau diese Fragestellungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich stelle mir da auch manchmal die Frage, was ist denn eigentlich die Aufgabe dieses Lehrbuches? Können wir vielleicht, bevor wir uns in Diskussionen über die Funktionsweise oder die Tragfähigkeit der Wirtschaftswissenschaft oder der Makroökonomie stürzen? Hier an dieser Stelle uns erstmal klar machen, was soll bitte das Lehrbuch von Herr Illing leisten? Ja. Und ich habe das für mich identifiziert als ein Buch und ich denke, kann man auch in einem Bachelor guten Gewissens das Buch so benutzen und es den Studenten so geben, dass dazu dienen soll, die aktuellen Forschungsergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt verstehen zu können. Ich lege die Basis für die Studenten, dass die verstehen können, mit welchen Methoden gearbeitet wird. Und ich finde, wenn wir mal von ihrem Medizinvergleich weggehen, wo sie von gesunden Körpern sprechen, gehen wir mal in die Rechtswissenschaft, ja, wenn sie Strafrecht allgemeiner teilhören, da arbeiten sie mit Kommentaren, die werden in keinem Gericht mehr benutzt hinterher, weil die Welt leider auch nicht so schön ist, wie sie in Grundstudiumsvorlesungen vorgelebt wird. Aber ich sehe mich da mehr als Vermittler einer gewissen Handwerksart und nicht als derjenige, der im Bachelor im zweiten Semester die Menschen zu kritischen Bürgern erziehen muss. Das haben Sie uns schön gesagt. Man kann das halt so und so sehen, die Aufgabe, die man als Lehrer da hat. Aber wie gesagt, wenn Sie den Studenten sagen würden, also einfache Sachen, wie gesagt, dass sie sagen, es ist eine Philips-Kurve für das Preisniveau, da haben Sie schon vielen Studenten schlaflose Nacht gespart. Das ist schon mal gar nichts. Und man sagt, die LM-Kurve ist eigentlich eine Politikregel für Geldmengensteuerung, kann man auch viel mehr mit anfangen als mit der komischen Geschichte, dass das irgendwie Geldmarktgleichgewicht, zumal das gar nicht der Geldmarkt ist, der der Geldmarkt ist. Das kommt ja nur dazu. Ich meine, da bringen die Leute ja nur in Verwirrung. Was heißt Geldmarktgleichgewicht? Da denken die, das ist, wenn dann scheinbar der Geldmarktzins ist, aber das ist gar nicht der Geldmarkt. Jedenfalls, man kann auch immanent, meine ich das. Ich meine, ich habe ja versucht hier, eigentlich relativ, dafür werde ich jetzt auch wieder kritisiert, aber das ist ja auch okay so, eigentlich immanent viele Sachen zu zeigen. Nicht mal sagen, wenn Sie die 45-Grad-Linie nehmen, Sie sagen, das ist eine Angebotskurve, eine kurzfristige, dann versteht das der Student. Ach, so sagt er, das ist es. Bei 45-Grad-Linie, die sich irgendwo schneidet, also wenn Sie da nachlesen, wie das erklärt wird in den Büchern, völlig absurd. Nicht mal einfach sagen, die kurzfristige Angebotskurve und das kentianisches Denken, dass eben die Unternehmen sich kurzfristig an das Angebot anpassen, dass sie sich an die Nachfrage anpassen, das ist kentianismus. Dann ist der Student doch schon glücklich. Ich meine, was es ist. Bei 45-Grad-Linie weiß er gar nichts, außer dass man das irgendwie zusammenrechnen kann, man das Y gleich Dings setzt oder so, dann kommt das dann raus, das geht. Also man kann schon auch ein bisschen im Rahmen was machen. So, ich habe jetzt noch zweieinhalb Wortmeldungen. Mein Name ist Jörg Tremmel, ich bin Junior-Professor am Institut für Politikwissenschaften der Uni Tübingen. Mein erster Abschluss war bei einem wirtschaftswissenschaftlicher und da haben wir die Lehrbücher von Fes Dörr, Mikro und Makro benutzt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen von dem Studierenden, wie man behandelt wird, wenn man da Fehler aufdeckt und das kritisiert. Meine Kritik habe ich aber immer noch stärker an den Mikro-Theorien empfunden. Sie haben sich jetzt, obwohl der Slot zur Lage der ökonomischen Lehre heißt, auf die schwächend makroökonomische Lehre. Schränkt vielleicht einen Satz nochmal, wo Sie die größten Defizite in der mikroökonomischen Lehre sehen? Ja, dass die so furchtbar weltfremd das rüberbringt. Nicht, dass man gar nicht weiß, wofür das eigentlich, dass man diese Gleichung hat, was machen die eigentlich. Also auch da kann ich hinterher mein eigenes Beispiel nehmen. In meinem Lehrbuch wird die Mikroökonomie dargestellt am Markt für Bierkneipen in Würzburg oder in einer Studentenstadt, wo eben jetzt Studenten da sind, die sich eben fragen, trink lieber Bier oder trink lieber ins Kino, das ist quasi die Nachfrageseite, mit den ganzen Nutzenfunktionen natürlich schon und wo die Angebotsseite ein Bierkneiper ist, der eben festangestellte Kräfte hat, das sind seine Fixkosten und eben auch noch freie Mitarbeiter hat, die er eben danach bei Bedarf einstellt, das heißt man hat einen variablen, fixen Faktor und man kann das alles nachrechnen. Ich habe auch ein Excel-Ding, wo man genau, ich kann bei den Studenten die Präferenzen ändern, ich kann bei dem Kneiper die Produktionsfunktion, ich kann die Löhne, ich kann alles machen und sehe dann immer, ich habe das dann mit repräsentativen Studenten, repräsentativen Bierkneipern und man kann mit so einem Excel-Ding genau gucken, wie sich der Marktpreis verändert. Also versuche das ein bisschen zum Anfassen zu machen, das ist ja der Punkt. Ich meine, das Grundproblem ist ja häufig so, jetzt auch in der ganzen, viele, viele Unis haben ja gar keine Einführungsveranstaltungen mehr, sondern ich mache gleich Mikro und optimiere da irgendwas und ich sage immer das so ähnlich, wenn ich jemand mit verbundenen Augen in den Wald führe und er muss ein Jahr lang die Tannennadel studieren und danach sage ich, es ist übrigens ein Wald, in dem wir uns befinden. Das ist ja auch ein bisschen Problem bei der Lehre, dass man da irgendwie, und viele Unis haben das ja einfach nicht mehr, die schaffen das, es gibt Mikro, Makro fertig und dass man eine Übersicht macht, wie das eigentlich alles zusammenhängt, das braucht man doch nicht. Das meine ich, das führt eben ordentlich dazu, das führt sicher auch dazu, dass wir viele vielleicht interessierte Menschen verlieren als Volkswirtschaftsstudenten. Das ist ja auch ein Problem. Ich meine, das ist ein fundamentales Problem der Volkswirtschaftslehre ist ja auch, dass viele politisch interessierte, engagierte junge Menschen das Fach nicht weitermachen, weil sie sagen, dass das, 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 das... Herr Buchfinger, hier haben wir noch einen jungen Studierenden, da könnt ihr ja dazu einiges sagen. Okay, gut. Ja, also ich werde mich ganz kurz halten. Ich würde eigentlich die ganzen Lernenden nur mal kurz bitten, sich in die Situation vom Studierenden rein zu versetzen, der anfängt Wirtschaft zu studieren, der sowas in der Regel in der Schule noch nicht hatte. Und dann geht er da in diese Vorlesung rein und hat vorne eben einen Professor sitzen und zu dem schaut man halt erst mal auf und zu dem hat man auch ein Vertrauensverhältnis. Und dieser Professor, ob er das jetzt will oder nicht, hat auch eine erziehende Wirkung auf seine Studierenden, wie die dann auch ihre ganze akademische Karriere fortsetzen werden. Ich finde es zum Beispiel total schwach, dass einfach die Mehrheit der Lernenden einfach ein Lehrbuch hingeht. Man kriegt ein Lehrbuch. Das ist, was Sie gerade gesagt haben, auch mit dem Herrn Illing. Wenn dann, wenn ich zwei Lehrbücher habe und sage, okay, das eine Lehrbuch erklärt so und das andere so, dann fängt der Studierende doch schon mal an zu denken, okay, das ist ein Problem. Da mache ich mir Gedanken drüber. Dabei kriegt man auch noch teilweise die vorgefertigten Folien von den Lehrbüchern. Klar, ich weiß, es ist viel Aufwand, mal die Folien selber zu machen. Aber man muss sich halt auch mal vorstellen, was es in den Studierenden anstellt, was es aus jemandem macht. Und dann kriegt man immer gesagt, ja, später wird es komplizierter, später wird es besser. Aber ich finde, diese Art und Weise, wie Sie auch die Studierenden kritisiert haben, dass Sie das nicht hinterfragen. Da muss man auch mal fragen, woher das kommt. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass man das so dargestellt wird. Dann sagt man zum Beispiel bei den VW Erlern, wir hatten mal einen Reader ausgearbeitet bei uns, haben uns super viel Mühe gegeben, haben gedacht, okay, das sind Originaltexte, die die Studenten mal eben herlesen können, wo sie auch mal einen Einblick in die aktuelle Forschung kriegen, in die Problematiken, die da drinstecken. Das wurde ja überhaupt nicht verwendet, weil es irgendwie zu viel Aufwand macht, das in die Vorlesung einzubringen. Und das passt einfach nicht. Und das, also ich finde, das sind Kleinigkeiten. Einfach mal zu erwähnen, dass es eine andere Meinung gibt. Oder man einfach am Ende von der Vorlesung tippt zu einem Paper, den mal ein Student lesen kann. Man versteht vielleicht nicht alles, aber es motiviert auch Leute. Also so, wie es jetzt läuft, ist es bei mir wirklich so. Ich habe jetzt meinen Bachelor fertig und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, meinen Master in Deutschland zu machen in VWL.